Guten Tag Herr Trafny, ich freue mich, dass Sie den Weg nach Barcelona gefunden haben. Wir haben gestern hier im Goethe-Institut eine Tagung zu Heidegger mit internationaler Beteiligung abgehalten. Da ging es im Wesentlichen um die schwarzen Hefte. Sie sind der Direktor des Martin-Heidegger-Instituts der Universität Wuppertal und sind Herausgeber etlicher Bände der heideggerschen Gesamtausgabe. Unter anderem eben und zuletzt die ersten Bände dieser schwarzen Hefte. Es sind vier Bände erschienen, die Sie herausgegeben haben und weitere fünf sind in Arbeit, wenn ich das richtig verstanden habe. Was sind diese schwarzen Hefte? Was müssen wir uns darunter vorstellen? Sind das Texte, die Heidegger geschrieben hat für ein Publikum? Sind das Texte, die er für sich selber geschrieben hat? Sind das Tagebücher? Was können Sie uns zu den schwarzen Heften sagen? Die schwarzen Hefte sind wahrscheinlich ein Genre sui generis. Also es ist sehr schwer zu sagen, was sie eigentlich sind. Es sind keine Tagebücher in persönlicher Hinsicht. Es gibt keine persönlichen Eintragungen. Es gibt auch wenig Datierungen, sodass man nicht genau weiß, an welchen Tagen oder zu welchen Monaten sie entstanden sind. Ich würde, um es uns leichter zu machen, sagen, es sind Denktagebücher, die Heidegger zwischen 1931 und 1972 entstehen ließ, in denen er zumindest, was die ersten Jahre betrifft, also die Jahre zwischen 1931 und 1948, die politischen Geschehnisse sehr genau verfolgt, kommentiert, aber philosophisch kommentiert im Sinne seines Denkens. Seit dem Ende des Krieges, seit dem Ende des Nationalsozialismus besteht und wird geführt eine Debatte um die Frage, inwieweit Heidegger mit dem Nationalsozialismus sich eingelassen hatte, inwieweit er Antisemit war. Wir wissen, dass er Mitglied der Partei war. Wir wissen, dass er in seiner berühmten Rektoratsrede 1933 sich deutlich mit dem Nationalsozialismus auseinandergesetzt bis identifiziert hat. Die Diskussion, inwieweit er Antisemit war, ist immer geführt worden seit 1945. Welche neuen Einsichten können wir aus der Lektüre der schwarzen Hefte ziehen, insbesondere jetzt dieser ersten Bände, die ja genau aus den Jahren 1932, 1933 bis 1948 ist das vierte Band, was ist daraus diesbezüglich zu entnehmen und welche neuen Einsichten können wir gewinnen? Wir können über all diese Fragen sehr vieles gewinnen und zwar wissen wir nun doch wesentlich genauer, wie sich Heideggers politisch-philosophische Entwicklung zwischen 1931 und 1948 gestaltet hat. Wir sehen, dass in der Tat schon vor dem Rektorat Heidegger gewisse Bedenken hat für sein Engagement. Wir sehen aber auch, wie sehr er dann, nachdem er die Entscheidung getroffen hat, wie sehr er sich darauf eingelassen hat. Wir sehen aber auch, wie schnell er das auch wieder fahren gelassen hat, also dieses unmittelbar universitätspolitische Engagement. Wir sehen dann aber auch, dass er zum Beispiel eine Unterscheidung macht, die wir vorher nicht so im Blick hatten. Er unterscheidet einen vulgären von einem geistigen Nationalsozialismus. Wobei man jetzt den Eindruck hat, dass er zunächst einmal in den Jahren 1934, 1935, 1936 doch daran interessiert war, an diesem geistigen Nationalsozialismus zu arbeiten. Wir sehen dann aber wiederum auch, dass er 1937, 1938 sehr stark auf Distanz geht, jedenfalls philosophisch auf Distanz geht, im Verhältnis zum faktischen Nationalsozialismus. Wir müssen dann leider sehen, dass er nach 1938 bis 1946, 1947 antisemitische, meines Erachtens antisemitische Gedanken in diesen Denktagebüchern auftreten lässt. Und wir sehen dann auch, dass er 1945, 1946 keineswegs unmittelbar bereit ist, die Verbrechen des Nationalsozialismus bzw. der Deutschen anzuerkennen, sondern dass er mit diesem Bruch, der für ihn auch natürlich einen Bruch in seiner Biografie dargestellt hat, 1945, langsam anfängt, sich neu zu erfinden. Und dass das ein sehr zäher Prozess ist. Wir sehen auch, das haben Sie schon erwähnt, etwas nicht, nämlich, dass er nach 1945 für sich ein klares Wort über die Shoah findet und vielleicht seine antisemitischen Passagen irgendwie korrigieren würde. Das sehen wir unglücklicherweise nicht. So, dass es bei den schwarzen Heften nicht nur darum geht, was hat Heidegger gesagt, sondern auch, was hat er nicht gesagt, nämlich nach 1945. Sie sagten, dass also zwischen 1937, 1938 bis 1945 verschiedene, etliche Passagen antisemitischen Inhaltes in diesen schwarzen Heften zu finden sind. Wie ist damit in Einklingen zu bringen, dass Heidegger sowohl in den 20er Jahren als auch nach dem Krieg wieder in den 50er und 60er Jahren Kontakt zu vielen jüdischen Philosophen hatte, Schüler hatte? Insbesondere ist Hannah Arendt zu nennen, die nach dem Krieg, sie war ja nach Amerika ausgewandert, explizit den Kontakt zu Heidegger wieder aufnahm. Wie passt das zusammen? Einerseits aus seiner Sicht, wenn er antisemit war, warum suchte er und unterhielt diese Kontakte? Andererseits aus der Sicht von jemandem wie Hannah Arendt, die 1956 wieder in Kontakt zu Heidegger trat, sich mit ihm traf und sich mit ihm austauschte, brieflich bis in die 70er Jahre, bis zu ihrem oder seinem Tod. Das ist ein sehr komplexes Thema, weil es auch in die psychologische Dimension des Antisemitismus, beziehungsweise vielleicht auch des Rassismus hineinragt, obwohl wir sagen müssen, dass Heideggers Antisemitismus keine biologische, rassistische, also im nationalsozialistischen Sinne Qualität hat, sondern dass wir es hier mit einem philosophisch ausgearbeiteten, wenn es das gibt, Antisemitismus zu tun haben, indem antisemitische Stereotype transformiert werden in Heideggers Denken, wie es sich zu dieser Zeit gestaltet hat, wobei wiederum noch hinzugefügt werden muss, dass es höchstwahrscheinlich so war, dass Heidegger selbst keineswegs wohl gedacht hat, dass es sich dort um antisemitische Gedanken handelt, was allerdings eben doch auch durchaus typisch ist für bestimmte antisemitische Positionen. Typisch für antisemitische Positionen ist auch, dass man stets Unterschieden hat zwischen einem allgemeinen theoretischen Antisemitismus und persönlichen Verhältnissen zu jüdischen Bekannten. Es war, also Hannah Arendt spricht da von Ausnahmejuden, nicht wahr, dass man als Antisemit immer gesagt hat, naja, im Allgemeinen sind eben die Juden so, aber sie oder du, selbstverständlich, hast damit gar nichts zu tun. Das ist in der Psychologie des Antisemitismus typisch. Das ist in der Psychologie des Antisemitismus, nicht wahr, 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 nicht wahr